Moin Leute, herzlich willkommen zu Guess What, dem interaktiven Faktenquiz. Auch dieses Mal habe ich natürlich zwei schmackotastische Runden für euch vorbereitet mit den verschiedensten Fakten. Und wie immer, kurze Einleitung, was Guess What überhaupt ist. Ich werde euch gleich zwei Fakten vorstellen und ihr müsst entscheiden, welche davon wahr ist. Das macht ihr auf dem PC, indem ihr am Ende auf eine der beiden Schaltflächen klickt. Und wenn ihr am Handy seid, geht ihr unten in die Videobeschreibung und klickt dort auf die Links. Dann landet ihr direkt bei Runde 2 und wisst, ob ihr richtig lagt. Jetzt geht's aber los mit Runde Nummer 1. Viel Spaß. Im offiziellen Xbox One Store steht bei der Beschreibung vom Minecraft Story Mode folgendes. Wenn sie die besitzen Minecraft Story Mode Season Pass, machen uns diese Inhalte erwerben hier. Sie wieder aufgeladen werden. Die Behörde für Landvermessung in Kanada möchte ihre Kartendaten dazu nutzen, eine virtuelle Welt ihres Landes zu erstellen, damit die Kinder wieder ein bisschen mehr Interesse an Geografie bekommen. Arbeitet Yoda scheinbar im Xbox One Store oder gibt es bald eine frei erkundbare Minecraft Welt von Kanada? Ihr habt jetzt fünf Sekunden Zeit, euch zu entscheiden. Viel Glück!